In den vergangenen Monaten explodierte die Uranium-Energy-Aktie regelrecht und wir haben auch davon massivs profitiert. Heute wollen wir uns ansehen, wo es konkret hingehen kann bei der Uranium-Energy-Aktie und warum hier jetzt noch verdammt viel nach oben hin drin ist. Los geht's! Wir haben nun passend zur Uranium-Energy-Aktie auch ein neues Paket hinzugefügt, unser Rohstoffe-Paket. Hier erhaltet ihr tägliche Analysen zu den Rohstoffen Gold, Silber, Platin, Kupfer, Weizen, Erdgas, Öl, bedeutet Brand Crude Oil und West Texas Intermediate und natürlich zur Uranium-Energy-Aktie. Und wenn euch das Ganze noch weiter interessiert, dann könnt ihr auch unser Paket samt Video-Analysen buchen. Dort erhaltet ihr dann dreimal die Woche Video-Analysen zu den genannten Werten. Das heißt, wenn euch das Ganze interessiert, schaut doch mal gerne mit dem ersten Ding in der Videobeschreibung bei unserem Patreon vorbei. Seit September ging es bei der Uranium-Energy-Aktie um über 100% nach oben. Wir persönlich sind hier ja auch eingekauft und wollen uns heute anschauen, wo es kurzfristig, mittelfristig und langfristig bei der Uranium-Energy-Aktie hingehen wird. Dafür sind wir zunächst einmal auf unserem 4-Stunden-Chart angelangt und wir sehen hier schon, dass wir davon ausgehen, dass hier eine Welle 1 ausgebildet wurde mit einer folgenden Welle 2. Wir haben jetzt hier schon die beiden Zielboxen ausgegraut, weil die ja bereits verlassen wurden. Hier haben wir ja auch eingekauft und jetzt schoss der Preis ja massivst nach oben. Wir können uns das Ganze sogar nochmal einmal etwas konkreter anschauen. Bis zur Spitze rund 113%. Und das Ganze war jetzt wirklich kein langer Zeitraum von September bis Mitte Oktober. Das heißt, rund sechs Wochen hat das Ganze gedauert. Jetzt sind wir hier in einer Korrektur gefangen mittlerweile. Aber möglicherweise hat die Uranium-Energy-Aktie jetzt hier bald diese Welle 1 beendet. Das wird nämlich für uns noch interessant werden, denn wir gehen nicht nur davon aus, dass sich hier eine Welle 2 gebildet hat, sondern eben auch, dass sich nun möglicherweise eine weitere Welle 2 bilden kann und diese ist aber noch nicht ongoing. Was bedeutet das? Diese Aktie würde jetzt hier erstmal noch ein weiteres Top ausbilden, bevor wir dann drehen würden. Wir werden uns das gleich auch nochmal im konkreteren Rahmen anschauen. Jetzt ist einfach nur wichtig, dass wir verstehen, was wir dann konkret hier traden würden bzw. worüber wir hier konkret investieren würden. Wir würden innerhalb dieser Box investieren. Die werden wir uns ja wie gesagt gleich nochmal etwas genauer ansehen. Und danach folgt eben ein Push nach oben in einer 3, 4, 5 Bewegung, die dann diese übergeordnete Welle 3 abschließt. Für diese übergeordnete Welle 3 haben wir schon ein festes Ziel zwischen 20,09$ und 32,94$. Das heißt, es würde nochmal deutlich weiterlaufen. Selbst vom aktuellen Standpunkt würde es bei der Uranium Energy Aktie nochmal über 135% hinausgehen bis möglicherweise 286%. Also hier ist noch ordentlich Potenzial nach oben hin drin in den nächsten Monaten, was wir dann in 2025 aber erst sehen werden, weil wir müssen ja hier noch diese Korrektur bekommen. Das heißt, die Uranium Energy Aktie hat mittelfristig verdammt viel Potenzial, bevor dann überhaupt irgendeine Korrektur größerflächig nochmal kommen würde, die dann hier sich in dieser Welle 4 ausspiegeln würde. Wir werden natürlich zum Ende des Videos uns auch ansehen, was die Uranium Energy Aktie im Multijahreschart, also im langfristigen Rahmen, veranstalten kann. Doch jetzt wollen wir uns erstmal ansehen, was die Uranium Energy Aktie konkret kurzfristig hier hat an Potenzial und wie diese Struktur hier genau ablaufen wird. Nun sind wir angelangt in unserem 1-Stunden-Chart und jetzt ist hier einiges, was wir besprechen müssen. Zum einen erstmal kam hier diese interne Welle 4 Bewegung nach unten. Wir befinden uns in der orangenen Welle 1 von gerade eben und diese ist eben fünfteilig. Und wir gehen davon aus, dass hier bereits die Welle 4 geendet ist. Im letzten Video hatte ich ergänzt, dass hier ein mögliches Trade Setup bestehen könnte und wir sehen schon, das Ganze hat sich ausgespielt. Der Preis ist hier schön verlaufen in dieser Richtung und wir sehen hier, wir hatten hier eine Zielbox für diese gelbe Welle B eingerichtet gehabt und eine Zielbox für diese Welle C. Beide wurden eingehalten, beide wurden respektiert und natürlich auch die größere Zielbox für die Welle 4. Das heißt, jetzt können wir im Endeffekt das Ganze hier einmal wegmachen und vom Chart nehmen, damit wir uns jetzt nicht mehr so genau verwirren lassen. Und wir sehen schon hier, das Trade Setup, was im letzten Video, wie gesagt, da war, läuft hier gerade nach oben und der Preis wird jetzt hier wahrscheinlich 8,83 bis 9,43 anlaufen, bevor wir hier ein lokales Top erleben werden. Danach erwarten wir eine Korrektur. Wie die aussieht, schauen wir uns gleich noch an. Entscheidend ist jetzt hier, dass sich das Ganze nur dreiteilig ausspielen wird, das heißt A, B, C. Und dann kommen wir, wie gesagt, hier nach oben hin rein. Das heißt, dieses Setup hat sich auf jeden Fall schon mal ausgespielt. Herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die da beim letzten Video eingestiegen sind, weil ich das gesagt hatte. Und jetzt sehen wir auch schon, es wird noch interessant werden, denn nach oben hin ist also diese Welle 1 noch nicht beendet. Das wird insofern interessant werden, weil wir uns dadurch natürlich die Welle 2 errechnen. Deshalb wollen wir nochmal ein Stück herauszoomen und uns anschauen, wie es möglicherweise jetzt in den kommenden Wochen und Monaten laufen wird. Nun habe ich etwas aufgeräumt auf unserem Chart und wir können schon erkennen, diese Welle 1 war ja hier fünfteilig. 1, 2, 3, 4 und jetzt diese letzte Welle 5, die sich ja gerade ausbildet. Das hatte ich ja gerade erklärt. Und nun kommt nämlich die entscheidende Phase, denn nach diesem Top gehen wir davon aus, dass hier dann eine Zielbox errechnet werden kann. Diese Welle 2 Zielbox ist hier jetzt nur stellvertretend, denn logischerweise, wenn der Preis noch weiter hochsteigt, müssen wir die logischerweise anpassen. Wir können schon sehen, wenn wir das Ganze tun, verändern sich die Preisregionen. Also passen wir das Ganze einfach mal an auf rund 9 Dollar. Jetzt als Beispiel, dann hätten wir zum Beispiel hier eine Zielbox zwischen 6,05 und 4,82, in die wir nochmal eintreten würden. Das Ganze sollte im Idealfall als Dreiteiler passieren. Bedeutet, wir bekommen dann hier einen Dreiteiler nach unten und nach diesem Dreiteiler wird sich eben dann das Ganze ergeben. Das bedeutet, wir sollten hier auf keinen Fall einen Fünfteiler nach unten sehen, sondern einen Dreiteiler. Der bedeutet für uns einfach nur, wir sind in einer korrektiven Struktur und das heißt dann logischerweise, dieses Top-Szenario hat sich hier ausgespielt und wir können hier dann eine gute Nachkaufschance nutzen. Die Nachkaufschance wird dann natürlich interessant werden, denn ich hatte ja zuvor gesagt, dass wir noch massives Potenzial haben, wohin gehend in Richtung von 20 Dollar. Wenn wir jetzt einmal anschauen, wir laufen nochmal auf 6 Dollar. 20 durch 6 ist ja dann schon mal ein guter 3X, den man mitnehmen kann. Wenn es natürlich noch tiefer geht, geht es sogar in Richtung von 4X. Das heißt, die Uranium-Energy-Aktie wird uns dann innerhalb von wenigen Monaten das Geld vervierfachen und das ist natürlich ein guter Grund, nachzukaufen und natürlich dann eine geniale Chance für diejenigen, die da hier einkaufen wollen. Jetzt ist auch noch entscheidend, was die Uranium-Energy-Aktie in den kommenden Jahren macht. Wir haben uns jetzt angesehen, was in den kommenden Monaten passiert, was in den kommenden Wochen passiert und möglicherweise was sogar schon nächste Woche passieren wird. Aber jetzt brennt natürlich eine Sache immer noch auf dem Herzen der Zuschauer. Wir wollen einmal komplett rauszoomen und uns anschauen, was in den nächsten Jahren hier abgehen wird auf dem Chart. Jetzt sind wir einmal ganz rausgezoomt bei Uranium-Energy und wir können schon erkennen, wir gehen davon aus, dass hier eine Welle 1 ausgebildet wurde, gefolgt von einer Welle 2, Zielbox perfekt eingehalten. Danach kam hier eine Welle 1 und eine Welle 2, hier der Preis, wo wir einsteigen konnten. Danach kam hier eine Welle 1 und eine Welle 2 und dann eben nochmal eine Welle 1 und eine Welle 2. Jetzt wird es interessant, denn die Uranium-Energy-Aktie könnte hier eines der seltensten Setups und eines der seltensten Gelegenheiten am gesamten Aktienmarkt darbieten. Denn wir hätten hier nicht nur eine Welle 3, die am Laufen ist, in einer Welle 3, sondern ich hatte ja gerade auch gesagt, das Ganze hier ist auch eine Welle 3 und intern könnte es hier nochmal zu einer Welle 3 kommen. Das heißt, die 3, der 3, der 3, der 3. Mit anderen Worten, das Premium-5-Sterne-Setup, was man überhaupt nur am gesamten Aktienmarkt kriegen kann. Das heißt, hier könnte es wirklich massivst nach oben hingehen. Wir haben zwar jetzt hier nur dieses Mindestziel in Richtung 40 Dollar angesetzt, bei rund 370% Potenzial bis möglicherweise 1.937% Potenzial. Aber, und das ist jetzt entscheidend, wenn wir hier wirklich dieses hyperbullische Szenario bekommen, mit der 3, der 3, der 3, der 3. Dann kann es hier wirklich dazu kommen, dass die Uranium Energy Aktie deutlich höher andreht und dass wir hier noch deutlich höher und deutlich impulsiver nach oben kommen. Also hier könnte es wirklich extrem werden bei dieser Aktie. Das heißt, die Targets nach oben sollte man sich auf jeden Fall offen halten, denn dann können auch gut und gerne mal noch höhere Zielbereiche angelaufen werden in den kommenden Jahren. Dann ist 2000% noch gar nichts. Also die Uranium Energy Aktie gibt uns wirklich ein grandioses Setup für die kommenden Jahre, aber auch intern in den kommenden Wochen und Monaten wird es hier sehr, sehr interessant werden und das Ganze könnte sich extrem gut für uns ausspielen. Was ist also nun das gesamte Fazit zur Uranium Energy Aktie? Wir gehen davon aus, dass die Uranium Energy Aktie in den kommenden Wochen, Monaten, aber auch Jahren extrem bullish ist und dass wir hier vermutlich das 5-Sterne-Setup am Aktienmarkt überhaupt bekommen werden. Normalerweise wollen wir hier nicht emotional reagieren und hier wirklich die Emotionen gänzlich vom Markt halten, aber hier kann man zumindest mal etwas Vorfreude haben auf das, was hier kommen wird, denn die Uranium Energy Aktie bietet in der Zukunft sowohl ab 2025, aber auch in den kommenden Jahren massives Potenzial, dass man sich hier auf keinen Fall entgehen lassen möchte. An diejenigen, die es bis zum Ende des Videos geschafft haben, schreibt doch mal gerne Uranium 2025 in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder.